Uttita-Hasta-Ardha-Uttanasana ist eine Übung zur Stärkung der Rückenmuskeln und der Schultern. Sie gehört zu den Stehhaltungen auf zwei Beinen. Ausgangsposition ist die Stehhaltung, Tadasana. Von hier strecke die Arme nach oben aus und beuge dich dann so nach vorne, dass der Oberkörper parallel zum Boden ist. Du kannst die Handflächen zueinander zeigen lassen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du wie einen Energieball zwischen den Händen hast. Wichtig ist, dass du, so wie es Nora gerade zeigt, wirklich die Lendenwirbelsäule leicht in der Rückbeuge hast, die Schulterblätter zusammengibst und den Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Die Stellung erscheint leicht, aber sie stärkt die Rückenmuskeln und die Schultermuskeln, in großem Maße und gerade für Menschen, die etwas fortgeschrittener sind, ist es eine besondere Herausforderung. Das ist eine besondere Herausforderung. Vielen Dank.